Hallo Marius Ebert, hier weiter geht unser Spiel, Frage und Antwort. Hier ist die Frage, was ist eine Kommanditgesellschaft? Und die kürzt man auch ab mit KG. Was ist das? Eine Kommanditgesellschaft KG. Nun, es ist leichter, wenn man schon weiß, was eine OHG ist. Denn die KG ist eine Personengesellschaft wie die OHG. Die KG findet ihre Rechtsvorschriften im HGB im Handelsgesetzbuch wie die OHG. Es ist sogar in der Tat so, dass für die KG die Bestimmungen für die OHG alle gelten und dann noch es ein paar ergänzende Vorschriften für die KG gibt. Also OHG-Vorschriften plus ergänzende KG-Vorschriften. Sie fallen also als KG zum großen Teil auf die OHG-Vorschriften zurück im HGB im Handelsgesetzbuch. So, dann die KG ist ein Zusammenschluss. Ein Zusammenschluss von mehreren Personen, um ein Handelsgewerbe zu betreiben. Das ist ja eine Gesellschaft. Also da schließen sich Personen zusammen, um ein Handelsgewerbe zu betreiben. Und das ist auch wie bei der OHG. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich langsam fragen, wo ist denn der Unterschied? Und jetzt kommt hier der Unterschied. KG ist der entscheidende Unterschied, die Haftung. Und das ist anders als bei der OHG. Bei der OHG haften alle Gesellschafter unmittelbar, unbeschränkt und gesamtschuldnerisch. Und bei der KG gibt es zwei unterschiedliche Gruppen. Der eine, mindestens einer, ist der Vollhafter. Und das ist der Komplementär. Nur bei der KG macht man also die Unterscheidung. Und der andere ist der Teilhafter, sozusagen der, der dem Ganzen hier seine, der dem Ganzen den Namen gibt. Und das ist der Kommanditist. Der Unterschied zwischen OHG und KG liegt also, ja, in der Namensbezeichnung kann man natürlich sagen, ja, hat man schon mal eine Antwort gegeben. Das ist eine richtige Antwort. Und vor allem hier in der Haftung. Nur die KG unterscheidet zwischen zwei Gruppen, die unterschiedlich haften. Der Vollhafter, der Komplementär, haftet genauso unmittelbar, unbeschränkt und gesamtschuldnerisch wie der OHG-Gesellschafter. Und der Kommanditist haftet betragsmäßig begrenzt und kann die Haftung ausschließen, wenn er seine sogenannte Einlage leistet. Das habe ich an anderer Stelle ausführlich erläutert. Bitte schauen Sie sich diese Videos an, wenn Sie hier nicht sattelfest sind. Ja, das will ich jetzt hier nicht tun, um hier den Rahmen nicht zu sprengen. Ja, also das sind die Unterschiede. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Was ist mein Schnelllern 순간. Ja, also das ist mein Schnelllernsystem. Wenn Sie hier nicht vehementen und zu leiden sind. Vielen Dank.